sehr ganz herzlich gegrüßt mein lieber krebs ja hier habe ich natürlich auch für dich dein jahreshoroskop für das jahr 2020 und der spruch des jahres lautet selbstverantwortung und transformation stehen weiter auf dem plan die mondfinsternisse sind sehr bedeutend für dich jupiter gibt dir große chancen und achte auf deine kräfte mit spannung zu lilith und zu chiron meine lieben krebse meine lieben krebs aszendenten saturn und pluto im steinbock die beiden garanten für den großen wandel stehen weiter zu dir in opposition das ist eine herausforderung für deine kreativität eine opposition bürgt immer die chance durch eigenes zutun einen großen sprung nach vorn zu bewirken hier lege ich besonders mein augenmerk auf die eigenen aktivitäten es will der wandel vollzogen werden besser ist es selbst daran mitzuwirken als davon betroffen zu werden ja in diesem jahr stehen dir fünf wichtige planeten zur verfügung um deinen durchbruch wirklich zu erlangen saturn ist in diesem jahr aktiv tätig bei allen geburtstagen der dritten dekade einmal von januar bis ende märz und dann noch einmal vom 27 6 bis zum 16 12 danach verlässt saturn dein gegenzeichen steinbock und alle themen die mit verantwortung disziplin durchhaltevermögen und klarheit zu tun haben werden noch einmal stark damit in den fokus gesetzt saturn will nach seiner letzten rückläufige rückläufigkeitsphase im steinbock dann sein klärendes werk vollenden oft ist also in dieser zeit das ist einmal einfach eine der wichtigsten zeiten um das zu entsorgen was jetzt wirklich nicht mehr sinnvoll ist plutus kraftvolle transformationsenergie ist jetzt besonders wirksam bei allen geburtstagen vom zehnten siebenten bis zum 19 siebenten und hier möchte ich noch mal einen wichtigen zusatz einfügen ich höre öfter mal von meinen geschätzten krebs freundschaften dass das ganze beängstigend an sich anhört oder beängstigend wäre natürlich hat besonders die sensible krebsseele ein gesteigertes sicherheitsbedürfnis allerdings ist nichts von vornherein irgendwo gut oder schlecht es ist einfach was der einzelne dahinter in also hinein interpretiert das hängt mit seinem eigenen geistigen mit seiner eigenen geistigen grundausrüstung innerlich zusammen wie er ausgerichtet ist und wie er seinen eigenen horizont bereit ist auch zu erweitern ja und wer dann natürlich für sich persönlich da genauere informationen haben möchte wie ihnen das selbst wie sich das bei ihm selbst auswirkt dieses thema der kann das natürlich wieder ganz einfach bei mir unter www.berbel-reuth.com erfahren unter dem menüpunkt beratungspaket anfordern oder buchen dafür bekommen dann aber alle krebse bis zum 19 12 2020 die gelegenheit mit besonderer unterstützung von jupiter unserem glücksplaneten also dort ihre eigenen kräfte in bewegung zu bringen dass es besteht hier eine große chance im vordergrund seine ziele zu erreichen er steht allerdings ebenfalls wie die anderen planeten ja auch im steinburg und damit auch in opposition zu dir und damit musst du natürlich ab und zu auch aufpassen dass dir also hier nicht also dass du nicht denkst dass du alles schaffen kannst ja man mutet sich dann gerne auch ein bisschen viel zu selbst du kannst in so einer situation kommen dass du eben denkst du kannst wirklich alle bäume ausreißen das ist also dann nicht sehr förderlich für deine kräfte und lilith die schwarze mondin und hier und der verletzte heiler im widder setzen dir da auch schnell mal eine schranke deine bewährte achtsamkeit sollte dir also hier auch ein guter ratgeber bleiben den wunderbaren götterschutz von neptun bekommen in diesem jahr besonders die geburtstage vom vierten siebenten bis dreizehnten siebenten du könntest das gefühl haben wie von himmlischen helfern geführt zu werden uranus unterstützt auch in diesem jahr alle geburtstage der ersten dekade mit innovativen neuen konzepten nun steht zu deiner sonne auch unser mondknoten die gesellschaftliche lebensaufgabe in umarmung dieser im angenehmen winkel jetzt zu uranus kann dich in außergewöhnliche begegnungen führen die du dir vielleicht vorher überhaupt nicht vorstellen konntest weil das sehr außergewöhnliche menschen sind und du kannst sehr viel davon profitieren die mondfinsternisse haben in diesem jahr zusätzliche bedeutung für dich lieber krebs nicht nur weil ja dein zeichen herrscher schon mal der mond ist sondern weil ja auch wir direkt jetzt im mondjahr sind dass der regent des jahres ist die mondfinsternis am 10.01.2020 ist besonders wirksam für alle geburtstage vom achten siebenten bis vierzehnten siebenten die mondfinsternis dann am fünften siebenten wirkt besonders auf alle geburtstage vom zweiten siebenten bis neunten siebenten finsternisse haben ja immer so eine besondere bedeutung und wirken wie auslöser für einen wichtigen neuen prozess in einem zeitrahmen von circa sechs monaten wenn natürlich da persönliche planeten jetzt beteiligt sind aus deinem persönlichkeitshoroskop dann kann sich diese neue sortierung auch bis zu drei jahren ausdehnen aber auch hier kannst du wenn du das gerne erfahren möchtest wie sich das bei dir auswirkt bei mir ganz einfach unter www.barbel-roll.com erfahren jetzt habe ich für dich natürlich auch deine zeiten der liebe der liebesplanet steht sehr angenehm für dich vom 13.01. bis zum 7.02. wenn venus in die fische durch durchläuft ja eine schöne zeit für romantische begegnungen und natürlich auch traumhafte momente passt super zum krebs vom vierten dritten bis zum dritten vierten steht sie in deinem befreundeten zeichen stier und fördert sinnliche momente in den tagen vom sechsten dritten bis achten dritten steht sie dann in umarmung mit uranus und das kann sehr aufregend sein in allen liebesangelegenheiten und natürlich auch in geld angelegenheiten weil ja venus auch mit dem geld in verbindung steht vom siebenten achten bis zum sechsten neunten steht dann die venus in deinem zeichen und damit kannst du dich deinen eigenen bedürfnissen von geborgenheit mit der familie voll widmen in der zeit vom 2 10 bis zum 27 10 wenn venus dann in die jungfrau wandert bist du auch wieder ganz auf klare konzepte auch in liebesangelegenheiten ausgerichtet und hast ein sehr strukturiertes schönheitsempfinden dann wird es nochmal sehr leidenschaftlich vom 21 11 bis zum 15 12 wenn die venus durch den skorpion wandert und das ist dann auch eine zeit wo wirklich viele bindungen entstehen können so dann habe ich für dich natürlich auch deine zeiten der kraft mit mars der energieplanet ist für dich schon erstmal aktiv vom sechzehnten zweiten bis dreizehnten dritten wenn er in den steinbock wandert da verlangt es von dir natürlich auch viel aktivität in der zeit vom zwölften fünften bis zum siebzehnten fünften steht ja in den fischen und lädt dich dazu ein in dich zu gehen und die tieferen seelenschichten mehr stärker zu ergründen was natürlich dir sowieso schon ins leben geschrieben ist und ab dem 28 15 bis zum 31 12 steht dann mars im widder und er läuft dort vor und zurück jetzt kannst du davon profitieren wenn du deine herausforderungen annimmst es kann auch recht anstrengend werden du bist aber auch ein kardinalzeichen und deine wasserenergie arbeitet mit emotionen die selbst einen widder maß entgegentreten können das als hinweis weil es steht natürlich in spannung zu dir und da muss man ein bisschen aufpassen auch auf seine kräfte ja an der stelle meinen lieben krebse beende ich jetzt erst einmal meine ausführung für dich mit meiner jahresvorschau und ich liebe ich liebe alle krebse weil ich sehr viele krebsfreundschaften habe und wünsche dir natürlich jetzt einen tollen tollen start in das mondjahr 2020 und ich kann natürlich auch dir jetzt empfehlen schau auf meine webseite ich habe das neue jahrbuch das große jahrbuch der wochenhoroskope 2020 dort veröffentlicht auch in diesem jahr habe ich es wieder geschrieben du wenn du dort auf das cover foto klickst dann kommst du natürlich zu meinem buch es gibt dann mehrere varianten einmal ebook dann gibt es ein hardcover und auch ein paperback je nachdem was du denn gerne für dich haben möchtest ja und dann ist das natürlich für dich auch eine wunderbare möglichkeit mit den stern zu planen eine art orientierungshilfe zu schauen wann denn zu welchen zeiten was am geeignetsten ist was man mit mit termin dann auch unterlegen kann ja und du hast natürlich auch die möglichkeit wieder nicht direkt anzufordern indem wenn du dann gerne dein eigenes jahreshoroskop oder für dich oder für deine familie oder bekannte und freunde gerne haben möchtest dann kannst du das bei mir ganz einfach wieder per e mail per telefon oder direkt auch hier in meinem rückrufs service wo ich dann auch in kürzester zeit mich zurück melde kannst du das erfahren meine kontaktdaten sind ja immer hier unten auf der linken seite zu finden und ich freue mich natürlich super immer über die feedbacks über kommentare und über likes und auch in den sozialen netzwerken bin ich ja überall vertreten gibt mir einfach info wie es euch selbst dabei damit geht wie ihr die erfahrung macht mit dem was ich hier einfach auch zu dem jahreshoroskop die hier mit vermittelt habe ja und an der stelle möchte ich jetzt meine ausführung beenden und ich wünsche dir alles alles liebe für das kommende jahr 2020 sei ganz herzlich von mir gegrüßt von mir barbel reuter eine astrologin tschüss mach's gut